ELEMENTUM Okay, heute sind wir hier in der Art Gallery of Elementum, eine Pop-up-Store in Zürich, in dem Airport. Mit mir ist Tom, einer der Founder von Elementum. Hi Tom! Hey Niko! Nice to have you here! Ja, me too! Kannst du bitte ein bisschen erklären, was ist NFT? NFT, das heißt Non-Fungible Token. Non-Fungible Token sind digitale Certificate auf der Blockchain, welcher certifft die Authentizität und auch die Aufmerksamkeit von digitalen Asset. Es kann ein collectives, es kann ein digitales Werkzeug, es kann ein Stück von Software, und es ermöglicht dich, es kann man sich schnell verabschieden, digitalen Assetzen und auch die Transparenz in der Markt. So, Creators, wenn sie diese Token verabschieden, dann kann jeder sehen, dass es von dir wurde. Und wenn sie verabschieden und reabschieden, dann wird sie ihre Royalty. So, das ist ziemlich cool für Creators. Es ist ein guter Business für sie. Ja! Und wenn sie nahe zu den Nutzen, dann kann sie direkt zu den Collectors und sie werden direkt verabschieden. So, der unterliegenden Smart Contract basically machte all die Settlement, und die Distribution der Revenue und Settlement der Asset zu den Collectors. So, ich bin sehr froh von dieser Technologie. Und du hast dieses Video, weil du einige Millionen, die du nicht mehr brauchst, also musst du deine Millionen investieren. So, kannst du mir sagen, wie viel war die, ich weiß nicht, die wichtigste Art der Bühne, die du in der Unternehmen war, mit deinem Elementum? Ich meine, wir machen viele Art-Projekte. Also, wir haben auch die Arbeit für ungefähr eine Million, aber nicht alles auf einer Plattform. Wir haben auch die Collectors, wir machen NFT-Funds. Aber unsere Plattform ist dedicated zu democritischen Art. So, wir wollen nicht die sehr kostenlosen works auf unserer Seite. Wir wollen die historisch wichtigsten works, die sehr carefully selected von unseren Kuratern. Therefore, es ist nicht der Preis, aber es ist der Wert in der Zeit. Wir denken, du kannst die Art-Projekte für 130 Fr. in Höhe von 100, aber du kannst auch von der Art-Projekte für 20,000 Fr. also, es ist immer auf der Art-Projekte. Aber von einem kuratorischen Punkt, das ist wichtig, ist, dass 27 Millionen von NFTs, und nur ein paar werden, aber die die von Pionieren von Pionieren Pionieren von Pionieren von ELEMENT. Okay. In diesem Channel ist mehr auf Thaaland, weil ich auch dort live, in Thaaland, ein bisschen zwischen Thaaland und Zwitserland. In Thaaland haben sie eine Plattform, heißt Choral, und jedes Jahr sie machen ein Event, das Digital Art Thaaland Festival, jedes Jahr 750 Artists gehen dort, um ihre Art. Hier in Switzerland haben wir ELEMENTUM, einer der Pionieren in diesem Segment. Aber kann ich auch mit 100 Dollar ein NFT? Natürlich. Ich meine, es ist nicht weil ein NFT ist wertvoll. Es ist was ein NFT das macht es wertvoll. Und wie gesagt, 27 Millionen von NFTs haben Kinder aber aber auch reale artistische Arbeit. ist Wo finden Sie eine große Frage. Wenn Sie nach OpenSea haben, Sie haben Tausend und Tausend und Tausend von NFTs und Sie wissen, die Künstler sind die Künstler und haben die Künstler von Künstler und Künstler sind Künstler und Künstler und Künstler und zwei Künstler verkaufen Künstler Künstler und Künstler auf Apple Pay oder Google Pay mit Nft wird in Künstler auf unserer Plattform und die Künstler ins Künstler aber einfach das in deinem eigenen Unternehmen. Ah, okay. Das werde ich tun. Ja. Es ist wirklich sehr leicht, zu starten deine erste NFT-Kollektion auf Elementum. Ah, okay, okay. So, ja, ich hoffe, dass ich dir ein bisschen zeigen, diese Welt der NFT-Kollektion. Und wenn du in Zürich bist, bitte kommen hier bis September, da sie hier in der Airport sind. Und sonst sind sie in Zug, du findest du sie auch auf Internet, Elementum. No problem. Elementum.art. Ich bin sehr froh zu sehen, bis zum Weihnachten wir hier in der Airport in Zürich. Ja. In der Zürich. So, wenn du eine Weihnachtsmart für dich bist, musst du hier kommen. Vielen Dank, Nico. Vielen Dank für dich hier. Vielen Dank. Elementum empowers Artists und Art Enthusiast zu buy und trade Art Online. Welcome to the new era of Art. Enjoy curated and limited edition Art and start your personal collection today. Art Enthusiasts, collectors and artists can now buy and trade Art Online directly at our Marketplace. Secure and easy, thanks to Blockchain technology. Simply select your artwork and download it on your device. With every purchase, the artwork is registered on the Blockchain. This makes it impossible to forge and gives you proof of authenticity and ownership. You can even withdraw your token into your crypto wallet and trade it on a second market. Or we'll keep it safe for you and your collection. Access your personal collection from any connected device anywhere in the world. Display your artworks on your TV, tablet or phone. Register now and start your own art collection from thousands of artworks by established and emerging artists from all over the world. Elementum, your new home for discovering art.